Erkältungskrankheiten. Was kann man tun? Die für die normale Erkältung verantwortlichen Viren können nur vom Körper selbst bekämpft werden. Medikamente dagegen gibt es noch nicht. Bei einer durch Viren hervorgerufenen Erkältung können nur die Symptome, wie laufende Nase, Halsschmerzen oder Husten, durch Medikamente gelindert werden. In unserem Beitrag wollen wir Ihnen nun einige Tipps und Medikamente nennen, die Sie nach Rücksprache mit Ihrer Apothekerin und Ihrem Apotheker einsetzen können, um die Symptome der Erkältung zu lindern. Von wesentlicher Bedeutung bei der Behandlung eines akuten Schnupfens sind abschwellende Nasensprays, Tropfen oder Gels. Sie bewirken, dass der Betroffene wieder besser Luft bekommt. Zudem werden die Nasennebenhöhlen und auch das Mittelohr besser belüftet. Dadurch wird verhindert, dass sich Bakterien ansiedeln, die eine Nasennebenhöhlenentzündung oder eine Mittelohrentzündung auslösen können. Solche Nasentropfen oder besser Nasensprays und Nasengels dürfen nur für kurze Zeit durchgängig angewandt werden. Werden sie länger benutzt, reagiert die Nasenschleimhaut mit verstärkter Durchblutung und schwillt verstärkt an. Man bekommt wieder schlechter Luft und ist versucht, mehr von dem Spray, den Tropfen oder dem Gel zu nehmen und das Präparat öfter anzuwenden. Die Folgen sind fatal. Die Nasenschleimhaut trocknet aus, die abschwellenden Präparate wirken immer schlechter und die Betroffenen haben ständig das Gefühl, dass ihre Nase verstopft ist. Bei harmlosem Schnupfen haben sich einige, wenn auch manchmal belächelte Hausmittel bewährt. Durch ein warmes Fußbad wird reflektorisch der gesamte Nasen- und Bronchaltrakt besser durchblutet. Dadurch werden die Abwehrkräfte angeregt und die Symptome gelindert. Gleichermaßen ist im wahrsten Sinne des Wortes Abwarten und Tee trinken zur reichlichen Flüssigkeitszufuhr angesagt. Der akute Entzündungsprozess kann zudem durch Kamille, Minz oder Thymianöl in Form von Nasentropfen, Salben oder Inhalationen günstig beeinflusst werden. Virale Infektionen der Atemwege gehen meist mit einem trockenen, mitunter schmerzhaftem Reizhusten einher, der sich im weiteren Verlauf der Erkrankung durch vermehrte Schleimproduktion zu einem produktiven Husten entwickeln kann. In der Nacht können Sie nicht schlafen, weil man immer so einen Kitzelhusten hat. Verschiedene synthetische Arzneistoffe sind in der Lage, den besonders in der Nacht als quälend empfundenen Reizhusten zu lindern. Für Kinder und während der Schwangerschaft oder Stillzeit sind alternativ rein pflanzliche Mittel empfehlenswert. Beispielsweise Extrakte aus Sonnentau, Thymiankraut, Spitzwegerich, Eibischwurzel, Efeu oder isländisch Moos. Generell gilt, dass tagsüber zusammen mit einer gesteigerten Flüssigkeitszufuhr der Schleim verflüssigt und abgehustet werden sollte. Nachts ist Nachtruhe angesagt, dann kann es sinnvoll sein, einen Hustenblocker gegen den Hustenreiz zu nehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017